während es zurzeit sehr besinnlich ist werden wir noch mal ein bisschen bösartig und herzlich willkommen an all meine zuschauer und filmfenster draußen zu einer neuen produktvorstellung beziehungsweise unboxing video hier auf lord gam gam full the other side of movies ja und heute gibt es als kleinen snack das bray steelbook zu james one's malignant ein film der in diesem jahr leider ziemlich untergegangen ist eine absolut wilde achterbahnfahrt zu dem film hatte ich auch schon eine review gemacht habt jetzt natürlich passenderweise in der halloween woche hier auf meinem kanal veröffentlicht gab da können natürlich mal drauf schauen wenn ein bisschen mehr über den film wissen wollte hier soll es einfach nur rein um die steelbook beziehungsweise bray veröffentlichung geben und auf die habe ich mich wirklich lange lange gefreut gab das die book hatte ich eigentlich bei savi vorbestellt gehabt aber aufgrund der ganzen zoll geschichten und dass ich selbst hier für ein stück plastik schon dem zoll geld in rachen schmeißen muss habe ich mich dagegen entschieden habe storniert und habe es dann einfach mir beim media dealer de geordert ich glaube für 28 euro war es gewesen ja schon relativ hoher preis kann natürlich sein dass das die book jetzt denn auch irgendwann noch mal im preis feld ja und ja ist gestern schon bei mir gelandet aber da hat einfach die zeit gefehlt das vielleicht noch mal auszupacken um ein kleines video zu machen für euch und so sieht das ganze stück aus wenn wir natürlich noch eine banderole die nur vorne mit diesem klebepunkt befestigt ist haben natürlich noch mal alle informationen hier wie man es natürlich von den woanders die books kennt wie das ganze aufgemacht ist und hier auf der rückseite haben natürlich dann noch mal eine inhaltsangabe hier haben wir die verängstigte annabel wallace und specials gibt es hier leider nicht viel es gibt nur ein special malik nimmt james warnens vision im making of feature hat keine ahnung es gibt ja nicht wirklich viele access das liegt eigentlich so daran dass der film hat kommen jetzt sehr gesehen ein ziemlicher flop war eine ziemliche enttäuschung dafür was warnen ansonsten so mit seinem genre film am box office meistens eingespielt hat der film war auch vom budget her doch wesentlich teurer als eigentlich alle insidious filme zusammen ja aber das hat auf jeden fall rechnung getragen optisch sehr sehr starker film ja die szenenbilder hier die so in dieser ausgeblassten farbe sind die sind jetzt auch nicht so sondern spektakulär haben wir noch die technischen informationen hier laufzeit dann natürlich noch das audio format hier selber und mehr eigentlich auch nicht nicht sonderlich spektakulär aufgemacht die banderole und dann haben wir das die book selber und als sie aus dem karton gold hatte das wäre so geprägt aber aufgrund dessen dass sie die folie ein bisschen so zusammen geknautscht war aber sieht eigentlich ganz gar nicht schlecht aus fühlt sich ein bisschen labbrig an muss ich sagen aber natürlich schön groß den filmtitel und natürlich unsere mysteriöse person ja die ihr film ihr unwesen treibt dann haben wir noch den bein und auf der rückseite haben dieses motiv oder sieht auch nicht schlecht aus hat auf jeden fall was ein bisschen arzthocker sein und dann diese sehr sehr große stichwaffe hier die allerdings war was anderes war so der film selber ist ja sehr sehr überraschend in vielerlei hinsicht und dann haben wir natürlich noch ganz ganz klein die credits war hat er eine zeit lang die credits immer ins die book reingemacht man könnte die eigentlich auch weglassen vorne sind die einzigen die hier die ganzen credits die unter den postern stehen ja hier eigentlich immer auf ihre steelbooks drauf klatschen das könnte man eigentlich locker weglassen ja das ist nichts was man jetzt hier braucht und dann haben wir natürlich das innere und ja auch schön in rot verfremdet ja soll natürlich ganz klar auch an diesen giallo aspekt anspielen den der film hatte den hat er ganz ganz klar deutlich aber es ist halt so eine achterbahnfahrt durch zig diverse horrors haben genres also steckt im film noch ein bisschen mehr drin die disk selber ja die dürfte so auch in der normalen keepcase variante auch aussehen ja von der bedruckung sieht es nicht schlecht aus gab eine zeit lang da sind die warner das auch zum wegrennen aus aber jetzt mittlerweile machen sie auch wieder einen druck drauf ja dann haben wir dieses motiv hier und das sieht natürlich auch nicht schlecht aus ja ist halt nur ein bisschen sehr sehr unscharf stilisiert das ganze ja kann man machen ist finden finde ich vollkommen finde ich vollkommen in ordnung ist ein ganz solider release für einen muss ich sagen sehr sehr guten film aber ja mehr war erhalten von warner seite nicht drin gewesen weil der film hat und nicht mehr geld eingespielt hat und wer jetzt nicht weiß also wer von dem film vielleicht noch nichts gehört hat oder so den kann man natürlich auch aktuell immer noch streamen bei amazon prime oder so ja aber man wartet einfach offen preisverfall ich glaube nicht dass es die book ewig so lange so teuer sein wird ich bin froh dass ich ihn jetzt zumindest in der sammlung habe dann kann ich mir jetzt auch endlich mal auf scheibe anschauen und von mir bekommt das steelbook ganz 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 solide dreieinhalb von fünf punkten ist jetzt für mich eine völ die man ganz klar im soliden mittelfeld ein reinstecken kann ist jetzt halt keine völ die irgendwelche bäume ausreißt da hätte man natürlich auch vor allem mit dem steelbook wesentlich mehr rausholen können ja vom design her aber okay hat man halt nicht gemacht ja und ihr könnt euch in die kommentare schreiben ob ihr den film schon gesehen habt ob das ein film für euch wäre wie euch denn das steelbook so gefällt könnt ihr alle eure genannten wieder unten in die kommentare reinhauen und das war es jetzt auch mit meiner produktvorstellung beziehungsweise unboxing video zu malignant hier im blu-ray steelbook und wir sehen uns auf jeden fall dann wieder zu einer weiteren produktvorstellung anboxen oder zu irgendeinem anderen video hier auf lord gamgamful the other side of movies ciao euer chris